Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Sie suchen einen kompetenten Partner für Haus- und Immobilienverwaltung? Dann ist Dienstleistungsservice Kraus in Weilersbach Ihre erste Adresse. Der erfolgreiche Betrieb hält ein breit gefächertes Angebot bereit, das individuell auf die Ansprüche der Liegenschaft abgestimmt wird. Vom erstklassigen Hausmeisterservice über Gartenpflege und Gebäudereinigung bis hin zu Baumfällungen und Winterdienst werden sämtliche Leistungen rund ums Haus professionell erledigt. Außerdem glänzen die Experten mit zuverlässigen Wartungs- und Kontrollarbeiten. Die präzise Ausführung und langjährige Erfahrung sind ausschlaggebend für den hervorragenden Ruf des Unternehmens. Zufriedene Kunden von nah und fern sind von der persönlichen Beratung und den exzellenten Arbeiten zu fairen Preisen begeistert. Dienstleistungsservice Kraus – eine klare Empfehlung der Firmen-TV-Redaktion, wenn es um Haus- und Immobilienverwaltung geht. Dienstleistung-Zeit im Krisen-TV-Redaktion, die Person mit Frei-답 굶igen, die Person mit Frei-vela mit der Bildung des Depanfums wird gelegen. Untertitelung des ZDF, 2020